Urdhva Prishtabhada Padha Prasaranasana ist eine Bezeichnung für den Halbmond mit den umschränkten Ellbogen. Die Ausgangsposition ist der Sprinter. Von hier gibst du die Arme nach oben und fasst mit den Händen um die Ellbogen. Prishtabhada bedeutet umschränkte Ellbogen oder auch gebundene Unterarme. Padha Prasaranasana bedeutet die Beine weit auseinander. Und Padha Prasaranasana kann bedeuten die Grätsche mit Beinen weit auseinander, kann aber auch heißen diese Hanumanasana Anjaneyasana. Du könntest auch diese Stellung machen im vollen Spagat. Da hast du wirklich das Maximum Padha Prasaranasana, also die Beine maximal auseinander und du fasst weiter mit den Händen um die Ellbogen und beugst dich nach hinten. Da hast du wirklich das Maximum Padhe Prasaranasana an. Da hast du wirklich das Maximum Padhe Prasaranasana an. Da hast du wirklich das Maximum Padhe Prasaranasana an.